Da habe ich gedacht, ich komme mal vorbei hier und gucke mir mal den ganzen Haufen hier an. Und besonders der freche Freck. Ich bin so brav zu der Freche Freck. Ja, also die, glaube ich, seien die alle so, ne? Der Pauli, der Liebste, der Liebste. Wenn das läuft. Genau. Du bist natürlich. Du bist ein Gisela. Du bist ein Gisela, du bist natürlich. Du bist ein Gisela. Falsch informiert, Gisi. Gisi, du bist ein Gisi, ja genau. Nikolaus darf ich ja mal vertun, Gisi. Ich habe von oben einen Zeratten gefunden. Die alle Leute, ne? Ich dachte, ich schaue mal hier bei euch vorbei. Auf der gnädischen Feier. Schöne Nikolaus, wunderbar. Ist aber nicht voll, ne? Und der Paulemann, der ist ja immer ganz brav. Ja, sehr brav, immer. Paul und Hans haben das ja alles organisiert. Aber leider ist das ja heute der letzte Stammtisch. Aus gewisserlichen Gründen geht das ja nicht mehr. Aber wir sind alle nochmal hier zusammengekommen. Ich bin auch eingeladen worden. Schön. Von wem, das sage ich nicht. Ich hoffe, es geht nachher auch mal zu trinken. Also Paul, du bist ja so der Jans Liebe. Ja. Lese ich ja hier, ne? Ja. Hast du auch ein paar Bewegchen, ein bisschen krank und so. Wir hoffen, das geht alles schnell wieder vorbei. Das würde ich auch hoffen, ja. Ich wünsche dir aber gute Gesundheit, alles Gute. Und für die Christstage auch alles Gute, ne? Und dann wollen wir mal sehen, was ich für dich so mitgebracht habe. Ja, guck. Ja, danke lieber Nikolaus. Das ist aber lieb. Danke schön. Bitte. So, der nächste ist dann, wo ist dann der zweite? Das ist ja weg. Da habe ich eine Brüllung, ich kann das ja unterlegen. Der nächste ist dann der Hansemann. Da könnte man es nach vorne bringen. Da ist ein Brüll. Wolltest du mit dem Untergang? Nee, eine reicht doch. Wenn ich jetzt ihn kann, dann ist das so. Ja, geht es? Hanselmann, also du bist ja der zweite Präsident hier von den bunten Vögeln und brav bist hier auch immer, ne? Nein, Mann, das will ich nicht. Meist, ne? Aber du isst hier in Suche, ne? Nein, nein, ich vernichte nur. Du vernichte? Wenn deine Kinder nicht so frech wären wie der große Frau. Du bist ja nicht frech, der Frau, ne? Nein. Und du rauchst für den, ne? Nein. Und du rauchst für den. Das ist ein Gott, 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 Opfer. Gott, Opfer? Ja. Ja, das ist gut. Wieso, für den Moment mal wärst du? 90. Minute. Ja, das ist falsch. Wenn ich jetzt so sinnfähig bin, dann bin ich immer Füllung erwerb. Ja. Ja. Mojofi, ne? Mojofi, ne? Ja. Ja, aber du bist ja eigentlich Jans Prats, ne? Hoffe ich noch, oder? Nein. Oder römer einen auf den Fingerklopfen, hey, der... Nein, nein. Ja, haben Sie mal. Gut, dann gucken wir uns, wenn man für dich so schön ist, haben Sie? Römer uns, Lohmann, die hat mitgebracht. Ja, Lohmann. Na, Lohmann. Na, Lohmann. Na, Lohmann. Ja, Lohmann. Ja, Lohmann. Ja, Lohmann. Na, sagen wir mal eins, eins. Können wir mit der Frau? Ja, Hanselmann. Lohmann. 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 Ja, genau. Ja, genau. Lohmann. Lohmann. Ja, genau. Lohmann. 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 Ja. Jetzt wird der Fred Commander. Lohmann. 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 Ja, ich spreche. Lohmann. Ja, ich spreche. Römer. Lohmann. Was hast du gerade gesagt? Lohmann. Was? Lohmann. Ja, ja. Lohmann. Du musst sehr frech sein. Lohmann. Guten Tag, den Tag, den Tag. Opa, wpa. Wenn du nicht so lang bist und ich so klein, dann könntest du so. Naja, ich kann nicht noch mal ein bisschen kleiner machen. Ja, ja, ja. Na, hau auf den Kopf. Na, hau auf den Kopf. Na, hau auf den Kopf. Schöne Aufnahme. Grüß Gott. Die Frau und die Mutter. Nee, ist alles zu gut. Machen wir doch mal. Machen wir doch mal. Machen wir doch mal gut. Der macht das meiste. Schmacht das immer gut. Meist das immer gut. Wir haben ja eine Schnucke, ne? Nö. Nö. Nein. Ist nur wegen der Job. Alles scheiße. Machen wir doch. Schöne Dage. Danke schön. Du hast dich wirklich gekriegt. Ja, ne? So. Na komm Aki. Na komm runter Aki. Na komm. Na komm. Na komm. So, was haben wir denn jetzt? Aha. Jetzt tut hier so ein Schlaberschnüs Stad Gysi. Komm ins Heer. Oh. Schlaberschnüs. Schlauerschnüs. Da droppt er. Willst du Video oder Bild? Ne Bild. Schlauerschnüs. Der kriegt jetzt von mir Schlauerschnüs. Braucht die Schlauerschnüs. Na hier. Na hier. Na hier. Na hier. Passt nur noch. Oh weee. Foto machen. Ok. Foto. Na hier. Na der kriegt hier. Er braucht die Schlauerschnüs. Ne. Die Abschiede. Ist das nicht halbisch. Spaß muss sein. Ok. Na hier. Ja. Du bist ja süß ganz brav. Ne. Ha. Schlauerschnüs. Na hier. Na hier. Na hier. Pass immer so auf den Pensock. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch die nächste von dir. Mache wieder so. Halt dich fit. Blief gesund. Ne. Willst du ja bei 60. Ne. Ja. 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 Hoffen wir mal, dass man alle zu dir kommt. Die kommt und findet. Mach. Die findet nicht statt. Dann bin ich nämlich auf Gran Canaria. Ne. 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 Danke für die Einladung, Madame. Ne. Wie schön. Ach wie schön. Ja. Damit du in Gran Canaria auch nicht verhungerst. Ne. Komm, die ganz brav. Jetzt haben wir hier. Ulla. Wo ist da Ulla? Ulla, wo ist das Ulla? Ulla, wo ist das Ulla? Nein, krass. Ulla. Na. Du bist am Knatsch. Du musst nicht zu knatsch. Ulla. Ulla. Normales Kölschwattern. Ja. Ulla. Also, mach mal das Foto. Gut, okay. Mach mal das Foto. Das Foto. Das Foto. Vier magst du. Man. Fotowesen doch jemand. Ulla. Sieht doch die Augen zu sehen. Ja, das Klaffer ja. 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 Prima. Ulla. Ulla. Also, Ulla. Du bist ja auch ganz so ein braver. Wie ist das schön, ne? In unserem Bereich, sag ich mal. Was war die letztes Köln dran. Aber geht ja jetzt wieder was besser. Aber, du bist ja auch der Wiesbust. Bisschen mit. Abends immer viel Backe. Mit dem Läufchen. Jesus. Nimm ist alles gut. Aber, manchmal wenn du nicht jet. Men. Aber sonst bist immer wie eine bunte Vögel. In der Wege wesse. Ja. Ich sag uns, äh, da fesst alles gut gemacht. Mach weniger so für das nächste Jahr. Hans. Und wünsche König Christa. Und bliebe so brav wie den Bisschen. Ja. Wenn Sie nicht fressen, ne? Ich mache nichts drum, böse. Macht euch nur Lust mehr. Ja, ja, klar. Ja, Vitamin. Natürlich. Oh, ein Typ. Er hat doch eine Vitaminbombe bekommen. Er hat sich aber nicht so gut gestürzt, ne? Wie eine Strahle. Ja. Ich mache jetzt die Fotos. Ja. Ja, die Woche nur da. Ja, ja. Kriege ich noch hin. Okay? Jut? Jo. Ja, müsst ihr auch viel wilde Paar weghalten, dass ihr mal lieber mit Kontrolle sagen wollt. Ja. Psst. Ein guter Ohren. Sehr gut. Ich mach jetzt mal hier ab, ne? Ich hab gerade abgeschwitten. Ich hab jetzt die Mammen noch weh. Ja. Ich hab noch eine Rache. Ich mach noch die Lüge los. Ich hab noch einen Pfeil. Ja. Ich hab noch Pfeil. Ich hab noch nie aufgeregt. Oder immer noch mehr. Ja. Aber wir hoffen, dass es dir ein bisschen besser geht. Ja. Zwei Sprüche noch. Wollen sie sagen. Ich danke nicht wie bei den bunten Vögel. Oder weh wollen. Ich hab noch nie auf. Ja. Ich wünsche dir alles Joden, auch für die Christa. Danke schön. Mache, wie du bist, du bist, du bist. Du kümmert dich, du bist, du bist, du bist. Dann kümmer dich, du bist, du bist. Gut, dann guck mal. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke. Danke schön. Oh, ja, du bist so, du bist so, du bist. Einfach, du bist so, du bist so. So. Paul, guck mal. Das ist Melanie. Paul. Du bist so. Melerei. Oh. Schau doch. Ich brauche dir unsere Ecke. Melanie. Melanie ist nervig. Ja, das war's. Ich muss mich nie in deutschen Ecken setzen, aber ich komme da nie wieder raus. Ich brauche da eigentlich nicht raus. Das haben wir nicht mal böse. Ah, Melanie. Ja, siehst du hier unten, da sind Sachen drin. Du fahst es nur schon. Nur so? Mach mal jetzt Foto, gut. Melanie. Zeig mal, vor der Hände dröst gelassen. Ja, da hätte man ja nicht so. Okay. Also, Melanie, such bitte, ich hab's schön. Es war immer so ein bisschen Probleme mit den Wunden da so, ne? Mit den Lieblingen, ne? Mit der Mamm. Mit der Mamm auch ein bisschen Probleme, ne? Also, der Hund, da kümmerst du dich schon drüber, ne? Der Mamm, ja, es sind immer so Dinge mit der Mamm. Immer schwieriger, ne? Ja. Der Junge, der klappt nicht so richtig mit denen. Wir hoffen uns, dass du 2017 ein bisschen mehr Glück hättest. Oder Mädchen, ne? Ja. Der war nicht so gemein. Alles okay. Ach, halt doch so, Melanie. Mal ehrlich, ne? Freu. Und, äh, schöne Pistar. Und danke, dass du, wenn du gute Vögel dabei warst. Mal gucken, ob wir für dich erkannt haben. Du brauchst nix, ne? Juh, ja. Das war nicht ganz in den Säck. Ja, mit den Säcki, ne? Oh, wieso? Dann... Der ist ja. Komm mal jetzt die Flattenkose dahin. Wo ist das? Ist das okay? Hier ist das nicht wahr? Ja, auch, ich hab' ich als Schwatt verschont bleiben. Na du. Na du. Na du, was ist das denn? Nase! Worte Nase! Foto ist besser. Ja schon, mit dem telefoniert! Die Kinder wollen ja kriebschen und jaulen! Besseren, du ganz brav Mädchen, ne? Ich kann das ganz brav Mädchen, wenn man Kärchen trühe singen, ne? Ab und zu ist die Pizza jetzt, ja, Junge, aber kann jeder wieder auf dem Sox sind, ne? Ansonsten bist du hier ganz lieb, nicht wirklich so lieb, danke, dass bei den bunten Vögel auch hier war. Wünschen dir alles gut ist, das war ja um 16. Und Jogi Christa, aber dann gucken wir mal, was da nicht hat. Dankeschön, Nikolaus. Ne, nur stark. Der sieht zwar schnell über die Tür, sieht zwar schnell über die Tür. Das ist ja doch viel, das ist ja. Oh, nicht aber. Ja, guck mal. Wann ist schön. Hallo, ich spruch was zu mir. Grüß dich. Siehst du, wie schickst du? Wunderbar. Schuhe, wie auch immer. Ja, auch nicht der Sohle. Ja, ich gehe sie voll in die Maschinen. Wieso, Subran, Erdumpa, Velechia, Belebenswoche, Frechmonikröder, ganz ruhig, schön feiern. Danke auch, weil du so lieb warst. Bunt Vögel immer dabei warst. Aber was? Schöne Tschüssgale. Und nach Begazum, bis Begazum. Wenn der Strecker ist, da füllen keine Brüller auf. Schau mal. Schau mal. Hier ist traurig. Wo ist das, was wir da haben? Ja. Bitte jetzt. Danke, Mama. Das ist ein Verlaufen. Gott sei Dank. Haha! Das war ein Stinken. Dann habe ich noch das Stinken. Wo ist das? Hier. Ja. Da. Aha. Richtig. Richtig. Foto. Foto geht nicht. Ach doch. Die können das ja. Wunderbar. Aber Stink ist ja kölz. Stink ist kölz. Genau. Machen wir. Du bist ja so ein ganz brav Mädchen. Du hast dich immer das ganze Jahr um die bunten Vögel gekümmert. Du hast die Kass verwaltet. Du hast immer gut gemacht. Manchmal ja auch ein paar Schwierigkeiten. Von den anderen muss man nichts probieren. Weil die anderen so reden. Du hast dich gut gemacht. Leider ist es natürlich nicht vorbei mit den bunten Vögel. Du bist seit letztem Tag. Wir danken dir für deine Treue. Das hast du schön gemacht. Wir wünschen dir für 2017 einen schönen Christag. Und Mare Wiggelsu kümmert dich gut. Und der Pauli macht das. Wir kümmern uns auch für dich. Gut. Kriegen ich's doch. So, bitteschön. Und jetzt mit Vitamin. Mare Tjot.